hier ein wunderschön herzlich willkommen bei satisfactory experimental bild ja also ja ich bin auch bisschen verdutzt weil ich zum ersten mal so wüste bin das jetzt mal wo ich das factory oder satisfactory bisschen langsamer gespielt habe ist jetzt verdammt lange her ich muss mal gucken wo war das denn weiß gar nicht v okay ich gehe mal davon aus dadurch dass nach vorne wasser ist so wahrscheinlich die biome die ich dann bräuchte wie gehen also wie sagt das ist ja wie immer noch ein early access ua alter gehen wir aus der sonne wiese ratte das ding tod hat er mich erschrocken so der miese hat der kugel ich war runter genau du hast angefangen du flasche oder das hat gelegt so bist du freund oder feind guck mal rennt zu mir ich denke mal erst war er er ist feind alles klar er ist die mit die feind aber stirbst auch mal ich wollte gerade sagen auch du kommst das sind hier auch zwei von den fickern ja komm her gut 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 na komm du schnitzel gut 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 ich spuren ist ja geil jetzt laufe ich weg du stützel ich breche mal was so ich habe verdammt fehler aus die viecher irgendwas zu essen ne schade dadurch dass ich immer noch einen spielstand hatte bekommt man hier glaube ich so führen an bevor wir das machen ich muss doch etwas decken und bevor aber der auch nein das wollte ich jetzt nicht also was essen was ist das denn hier überhaupt also brauche ich draht roter brauche ich ach so ok 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 cool schrauben ja klar nehm ich mit dass ich nach dem roten motor ok was ist das hier wenn ich irgendwas machen das ist schon abgestürzt zu sein auch mal wie viel gibt es ja von den vier jahren ziehleine macht ihr selbst machen soll ich wieder zum wasserfall ich bin echt gespannt weil ach der schildkröte diese die sie aber mehr hat ok da ist eine schnecke hallo ok wo fange ich denn hier an das sieht nach eisen aus wir brauchen so und so verdammt viel eisen aber ich hoffe dass hier irgendwo wir haben wasser das sieht gut aus das sieht sehr gut aus ich wollte irgendwas zu essen nach vorne ist was zu essen hallo so die sind die sie kuppert auch mal sowieso da kommen die dann die dann die dann die dann genau also nehmen wir hier weil dadurch dass wir die meiner haben zack können wir schon mal nebenbei produzieren wir holen uns schon was zu essen weil sonst das gilt dass jemand jemand hinter mir rennt so so das ist das kalt da vorne wie sag ich habe schon so lange nicht mehr gespielt dass ich gar nicht mehr weiß kupfererz wie das genau funktioniert also ob da ein bisschen mitleid mit mir bietet weil ich hatte es echt schon ewig nicht mehr gezogen und mit ewig meine ich wirklich ewig oh nein ihr sehnten schon den kessel flicker was ist denn da unten jetzt stirbt doch mal du ratte geht doch hätte so was ist das denn hier das ist doch kalk oder ja damit machen wir glaube ich beton so ich jetzt in erinnerung habe ja genau beton ja mal kaputt geht doch ja mal hier rein ja oder doch ja klar kann man machen muss man aber nicht so ich brauche immer noch eisen ach du scheiße was ist das denn der greift doch nicht an oder hallo dachte der will mich gleich nehmen also halt nicht so neben der hinsicht sondern aber neben mit also essen weiß ich kann man diese komischen nüsse irgendwie nach produzieren das war gut zu wissen weil wir sonst immer des todes suchen müsste so jetzt habe ich nur nicht meine notes vergessen da hau doch drauf ach so nicht genug platz wie machen wir hier einfach so zack jetzt aber oder genau ich muss auch gleich anfangen abzubauen also diesen komischen mehr zweck raum auch da kommt der nächste hast du gedacht war deine brüder ja auch schon weggeballert ja ich war auch noch mal richtung eisen weil ich denke mal eisen braucht man sowieso verdammt viel neue kunden war bisschen die welt so jetzt wollen wir mal ein meiner so der meint jetzt wir müssen wissen wo ich wie wo was habe das wird das wird jetzt beschissen sage ich meine meiner verteilt und weiß gar nicht wo die sind da ist einer das ist ein gegner ja super da ist ein meiner hier ist ein meiner und da vorne sind zwei okay sind alle hier in der nähe gut alles klar dann schauen wir mal das war gleich mal hier hab irgendwo hin bauen ich bin überlegen ob was ich hier alles in der mitte machen obwohl ich hier die region sieht auch eigentlich zu denken hier würden wir machen weil alles schön eben einigermaßen und da sollte es ja gerade für und hier kommen auch keine viecher nach oben ich komme auch nicht nach oben ja super das heißt wir müssen bald mehr so eine rampe bauen oder sowas scheiß komme ich nicht nach oben kann ich eigentlich schon rampen bauen oder sowas das ist das für ficker pflanzen nach dusche auch nee was ist das sind schon wieder auch mein aim ist doch sowieso für ein eimer platzen ich will jetzt aber nicht sterben heilige verdammt war es knapp was ist das denn alienpanzer gut dann fangen wir mal an also wir haben ja hier einigermaßen gutes plätzchen können wir alles hier ein bisschen um bauen dann dahin ja machen wir okay als allererstes brauchen wir nämlich den hier was irgendwie wie ging das denn noch mal der hat genau machen wir machen wir das drehen wir den so hin ja so habe ich schon was einlagern das kann man einladen das kann man einlagern motor kann man erstmal einlagern schnecken kann man auch einlagern das brauchen wir später noch das heißt wir müssen da kann ich ja noch mal was weltraum lift ach du kacke produktion oder meiner kann ich ja schon bauen energie da wo ich habe energie bio brenner ob wir auch schon wissen was vor oh geil das habe ich noch nicht gesehen alles klar so fangen wir erstmal aber damit an die stufe 1 abzugraben base building meilenstein ja genau wer ja das brauche ich unbedingt das heißt wir fangen hier mit erstmal das heißt ich brauche beton und eisenstangen und eisenstangen förderband da brauche ich auch nicht allzu viel aufbewahrungsboxen signalisator damit macht man irgendwie was objektscanner oh ja das brauche ich auf jeden fall wir fangen mit links an das heißt hier mal als meilenstein das heißt wir brauchen beton und beton machen wir mit ja fuck ey das heißt wir brauchen wieder erstmal biomasse alles das heißt wir brauchen auch noch so ein ausrüstungs gegenstand und wo waren das gibt es überhaupt noch brauche ich das nächste level für warte mal da wollte doch gar nicht hin ähm wo ist das stufe 2 teilmontage manufaktur oder kettensäge renntentententententensäge wo ist denn hier der ausrüstungs gedöns oder habe ich das etwa schon freigeschaltet speziell der hub weltraumlift produktion meiner 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 ah da hier das brauche ich ausrüstungswerkstatt dass weil ich manchmal hier hinten hin legen wir mal so hin genau so da kann ich jetzt den mobilen meiner ok das haben wir produzieren paar meiners machen wir mal vier stück zur vorbereitung weil ich will nicht dass ich da welche baue und dann habe ich kein strom für die anderen sachen dass wir bauen das erst mal kurz sondern können wir rein theoretisch fast in meiner hier bauen jawohl perfekt aber dazu brauchen wir ja strom und aus strom da brauchen wir biomasse war ich hier hinten irgendwie kann ich denn hier wo ist denn der bio gedöns bio 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 ist das das hier der brenner ist das der ich weiß es gar nicht ist das der brenner nee wo ist denn das ding konstruktor schmelz oben werkbank das kann nur der hier sein doch verbrennt verschiedene formen um ja genau 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 ja gut kann man sich irgendwie hier hin bauen oder so aber anscheinend nicht machen wir das hier so so das ist jetzt ah ok der baut jetzt hier ok 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 ist die frage kann ich denn hier so dass wir biomasse schon herstellen da biomasse perfekte blätter ob ich nicht genug ok wir können schon biomasse hinstellen das heißt wir müssen auf jeden fall bald was ernten da biomasse zack das heißt man könnte so reitet schon mit eisen anfang da brauchen wir ganzen was bräuchte wo ich eisenplatten ok ja gut das heißt wir müssen also mit den meiner anfangen dann würde ich sagen holen wurden schon mal wir müssen erstmal kurz aus die kiste da ist die kiste so wir legen erst mal das rein was wir nicht mehr benötigen erst mal hier das hier rein die eisenplatten brauche ich ich brauche ich alles das brauche ich erst mal nicht ich habe hier unten sortieren so so das heißt wir müssen erst mal den ersten meiner bau da braucht mal strom für strom brauchen sie biomasse es bringt jetzt etwas zu bauen was wir nicht haben das heißt wir machen erst mal ein bisschen blätter für die biomasse ich habe da hinten was grünes gesehen ich gehe mal davon aus wenn wir da hinten rüber gehen wird einiges da sein wo wir ja ja genau alles klar es ist eine frage wie ich dann ich muss den transporter hier machen also transporter sei schon ich brauche die ersten rampen weil sonst immer hier herzulaufen das ist ja echt richtig geschützt das heißt wir fahren jetzt mal alles schön machen dann gleich die biomasse für strom dann fangen wir den ersten meiner zu produzieren damit wir erstmal eisen kriegen dann sollte der start schon einigermaßen gelingen dann machen wir lieber zum kupfer da machen wir noch kalt dann auch gleichzeitig ein schmelzofen müsste das sein so weit ich mich noch erinnere also ich sage das schon so lange her ist als das letzte mal gespielt habe das müsste jetzt bestimmt ein jahr sein also ungefähr ein jahr habe ich nicht mehr gespielt sollte ja ein bisschen weiß ich noch nur ganz bisschen nicht mehr alles leider aber gut es ist nur wie es ist man fängt ja klein an aber das kleine wird sich sehr 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 schnell ändern das ist ganz 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 groß wird und ich meine logistik ja das wird sehr katastrophal also nicht wundern wenn es bei mir nicht so tippitoppi aussieht ich bin eher der chaos typ und da bin ich gespannt ob ich es irgendwie hinkriegen dass es sich einigermaßen das ist dass dieser komischen pflanzen auch ne kannst du klicken wo sinne treue flammer oder so was weiß ich gibt es für flammen werfer dann mal sehen wir haben jetzt bisschen genug wie viel haben wir denn wenn wo sind die da 400 blätter ich glaube nicht dass es ausreicht so dann machen wir doch mal die region hier jetzt keine piecher hier rumlaufen so zack 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 so die wüste sieht echt geil aus die eine gegend nein diese stinkdinge nein das machen die glaube ich mal abends sie haben auch so ein kann ich essen das wollte ich nicht dadurch könnte ich essen das war wohl nichts mit dem grill gut schauen wir mal ich wollte nur die kleine gegend hier machen aber irgendwie ich habe was gehört ach da sind die beiden hier wieder na ja geh auf den sack so machen wir mal schnell biomasse tun wir mal was für die umwelt höchstel höchstel so ist es so eine ficker pflanze oder es ist keine ficker pflanze ist keine pflanze so eine himbeere so wie auch immer ich nenne es halt himbeere und hier was mitnehmen ich habe das produziert was produziert ich hoffe es wächst auch irgendwie nach weil sonst wäre es ein bisschen blöd ich muss auf jeden fall so eine scheiß rampe bauen ja muss ich gucken wie das sind glaube ich diese pflanzen die mich da von angegriffen haben ich hoffe jetzt meine ganzen blätter nicht verbraucht meine biomasse ach gott sei dank das wäre ein bisschen blöd biomasse wo ist oh ja sehr schön gott sei dank so kann man welche biomasse voll ballern ich dachte es gibt irgendwie sowas wo man zwei sachen irgendwie nebeneinander laufen haben kann nach keine ahnung ist mir egal das reicht für den anfang ob ich zumindest sehr schön weil sie wie kann er denn hier fassen überhaupt 200 ob jetzt 200 ok dann legen wir es noch kurz in die box rein die biomasse zack 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 das soll ich zum erforschen ist es ja schon wie sieht das denn aus fällt aber hier kann ja nichts erforschen ja ein bisschen weiß ich ja noch aber nicht viel gut damit ich sagen bauen wir jetzt die ersten mal ich guck mal habe ich jetzt alles bereit für den ersten da meiner ok da habe ich alles ok dann brauche ich ja so ein lager da habe ich auch alles soweit förderband ist das level 3 oder 1 ich war der meinung die förderbänder es gab so günstigere förderbänder habe ich da war ich der meinung logistik es gab es doch irgendwie so kleinere also ich habe schon alles erforscht sexy ja alles klar egal so dann fangen wir mal an da hinten ist ja eisen ist hier oben hier wahrscheinlich das lager machen da habe ich hart am überlegen erstmal zum eisen weil die aber auch nur eine begrenzte stückzahl um die sachen mitzunehmen aber glaube ich nichts mehr zu essen und doch da so und weiß ja nie so das heißt wir brauchen ja sowieso an sich brauchen wir sowieso viel eisen das heißt wir machen erst mal den ersten meiner da dass das drehen wir einmal um zack hier kommt der zweite hin lauf vor ist lauf überleben zack zack da kommt der zweite hin da so wir bereiten schon mal vor dass alles von weiten schon mal sehen kann da ist glaube ich das für kalt gewesen wir alles verbinden alle da hinten wahrscheinlich hier vorne so die region gegebenenfalls will ich alles die ganze produktion fahren lassen und dann irgendwann wenn es halt viel wird verbreitern wir uns sowieso ich habe irgendwie angst dass ihr irgend so ein gringo vorbeikommt und mich snacken will ja das machen wir hier hin so wo ich jetzt meine kofferplantage wir machen mal wo war das war das hier nee wo waren das glaube ich da kupfer 134 da das wird eine lange strecke verdammt ich glaube wir müssen erst mal anfangen kupfer kupfer sei schon erst mal kalk und eisen zu machen es ist es ist es ist es ist kein inventar platz so dann kommt der meiner geht mal hier so hin genau weil so sie ist alles von der weite perfekt da 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 genau das allererste was wir machen ist auf jeden fall dass sie zerbauen kupfer brauche ich nicht so jetzt erstmal alles verbinden wir brauchen auch erst noch vor allem strom weiß gar nicht was war dann jetzt noch mal eins das war ein strommast was die stromleitung ich glaube hier und kann immer das ansetzen wahrscheinlich genau das heißt wir müssen erst mal gucken wo wir es hin wollen ach ja ich auch hoch okay alles klar das heißt ich würde ich hier oben die produktion hinbauen es wird echt zacken du es hier ist nämlich kalt wird das frage machen wir hier oben die produktionsgeschichte weil ich sage es ja die das ist auch so sowieso die ganzen dinge bauen muss eisen schmelzofen das heißt wir können hier auch gleichzeitig auch einen schmelzofen einfach hinbauen wo ist denn der schmelzofen da das muss ja glaube ich so hin ne das ist ja provisorisch das ist noch vollkommen egal es muss erstmal irgendwie funktionieren danach kommt das ganze auch das ist erstmal das kleinste problem perfekt so kann ich einstellen eisenbarren genau so und den will ich hier hoch legen normalerweise müsste auch irgendwie verbinden können also von hier oben ausbauen müsste es eigentlich möglich sein das noch kurz mal mit so dann machen wir schon mal das lager genau hier hin wie gesagt dass das ganze umgebaut das mache ich noch alles da kommt hier erstmal ne konstrukte will ich noch nicht will erstmal genug eisen haben wo ist denn das organisational lagercontainer da so was wir jetzt mal hier haben also es geht wahrscheinlich nicht oder vielleicht haben wir einen falschen gebaut so rum ist das orange und dann genau so rum ist das genau gut das heißt wir produzieren jetzt erstmal machen wir es mal hier hin so zack was fehlt denn ist er sich mit dem verbunden ähm wie viel bin ich das denn jetzt auch leute da also kobe für bin ich das denn jetzt wieso geht das ja nicht raus so was genau so jetzt sollte strom laufen sollte schon anfangen genau es fängt an baby geil da kommt schon erste eisen raus na 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 jawohl da wird das hier erstmal schön geschmolzen das wird dann zu eisen und das ist sexy da ist es richtig sexy ja gut das wird dann jetzt genau perfekt wir machen erstmal komplett eisenbarren nach wie das bisschen splitten aber wie gesagt das wird sehr 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 intensive zeit hier werden ich habe keine ahnung wie das wo ich mich hin bewegen werde also wie es alles von der logistik her sein wird erst das wichtigste wir haben einen ersten schritt gemacht wir brauchen sehr viel biomasse ich hoffe dass wir demnächst auch sehr sehr schnell dann kohle kriegen damit man immer kraftstoff hat weil das mit biomasse es wird richtig lästig ja der jetzt schon 197 schon 3 ballert wobei nichts produziert worden ist ja dann würde ich sagen der erste schritt ist schon mal getan das nächste was wir machen werden ist hier unser kalk damit wir da erstmal nur beton machen können und dann werden wir ich glaube das splitter habe ich schon den splitter habe ich noch nicht oder nee oder nee doch nicht okay alles klar wenn es splitter ist es so da kann man zumindest danach träglich ach hier hinten ist der biomasse gar nicht bauen müssen scheiß die wand an egal ist nicht schlimm treiben und nachher noch nutzen das heißt man kann nur noch beides verbinden lassen dann noch genug ja gut gut nee dann wäre es das erst mal mit der ersten folge ich hoffe euch hat es bis jetzt gefallen so wie es mir das spiel auch gefällt ich habe sie gesagt schon lange nicht mehr gespielt bin gespannt was alles passieren wird vor allem wie das alles aufbauen wäre das wird ja ja das wird richtig lustig ja die wunderschönen sage ich wünsche ich euch ein wunderschönes recht und bedanke mich für zuschauen und sage schön mit euer keule